Was haben wir vorhin gesagt? Das war heute und das ist heute ein schönerer Bauvorhaben. Zum dritten Mal das Vertrauen in die ganzen Kirchen enthalten zu haben und das noch mit einem Zugewinn. Ich sage von euch, dass 50 von dann die Gruppen sind. Applaus Ich kann mich noch erinnern an die letzte Kommunalwahl, die in den Grünen von Sachse ausübt. Das war nicht gut für uns. Wir haben uns damals gesagt, wenn wir wieder in den Sachse aus einem Kommunalwahl feiern, dann muss das mit einem Ergebnisverboten sein, die wir genossen. Das ist heute die erste Kommunalwahl in den Sachse aus. Das heißt aber auch gleichzeitig, dieses Erlebnis in seine Botschaft auf Licht zu bringen. Eine Verpflichtung weiterhin, Oberbürgermeister aller Kirchner zu sein. Über Parteigrenzen hinweg, über Religionsgrenzen hinweg. Und ich verspreche euch genau, das werde ich so freiwillig. Ich konnte mich bei den Wahlen in der Kirche, bei denen ich mich zur Wahl gestellt habe, immer auf die Menschen in dieser Stadt verlassen. Das war immer so. Das war auch heute so. Ich danke den Wählerinnen und Wählern für dieses große Vertrauen. Applaus Und ich verspreche auch, mich die nächsten sechs Jahre, weil da haben ja einige versucht, diese sechs Jahre in Frage zu ziehen. Ich sage das nochmal, wenn ich sechs sage, meine ich das. Diese sechs Jahre in Frage zu können, für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Und ich pflege meine Versprechung zu halten. Applaus 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 Ich danke ganz herzlich meiner Partei, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die mich in diesem Wahlkampf getragen hat, die sich aber auch von mir hat ziehen lassen. Euch einen herzlichen Dank den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Das war eine beachtliche Leistung, die wir die letzten sechs Wochen zurückgelegt haben. Und seht es mir bitte nach, wenn ich eine Gruppe besonders herausgreifende, denn ich kann den Numerous für diesen Wahlkämpferem wagen. Applaus 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 Und wenn ich beim Dank bin, auch vielen Dank an mein kleines, aber feines Team, das mich unterstützt hat. Vielen Dank an meine Frau. Ich weiß ja auch, dass, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, das ist nicht nur mein Wahnergebnis und mein Wahlsieg, das ist unser gemeinsamer Wahlsieg. Ich sage herzlichen Dank euch allen. Ich freue mich riesig. Und das ist ein Abend, da wollen wir jetzt feiern und nicht übermütig werden. Das tut mir nicht, aber feiern ist heute gestattet. Wir morgen kommen mit der Arbeit an der Zufall, die an der Selbstverwaltung wollen. Schön, dass Sie haben. Applaus Applaus